ja praktisch keine reaktion warum die verkleidung war natürlich nicht provokant genug versuch nummer zwei was aber als berliner gehöre ich ja praktisch dazu ja da kommen noch einige der dach ist noch lang was ja was kann ich denn dafür von nicht wenn ich von diesem oli welke losgeschickt werde vom zdf und muss eine scheiße machen dann ist das heutzutage ich meine kunst geht nach brot ja das frage ich mir manchmal auch naja schönen tag warum wollen sie ein foto von mir machen ja sie sind auf der hut die berliner polizei die ist top die hat ein auge für die dinge sehr gut bin stolz auf sie also ich gehe dann mal weiter und wünsche noch einen schönen tag werde ich jetzt verhaftet hallo